Mein Name ist Hedutrost, Miss-al-Ott-Bembel-Glock von Glitzdings, Prinz von Mottenwipfel, Sohn von Königin Eylee im Bimbel und König Ala im Bimbel von Glitzdings, Beschützer der Blüten von Hochhaselhorn und erster Begleiter des Retters vom Pilzwall, Chiroquiel Weltenwächter von der Sippe des Silberbuchenwaldes. Ja, ja, das wisst ihr bestimmt schon alles. Ich bin schließlich eine Berühmtheit. Was? Wie? Ihr kennt mich nicht? Na dann hört, denn das ist meine Geschichte. Langsam schlug Hedutrost erst sein linkes und dann sein rechtes Auge auf. Es war noch dunkel. Naja, nicht so richtig. Blinzeln versuchten sich die Augen des jungen Ferichs an das Halbdunkel zu gewöhnen. Nicht nur das kleine, vor sich hin glimmende Lagerfeuer gab etwas warmes Licht ab, sondern auch das volle Madermal hoch am Himmel. Und noch dazu die vielen, vielen Sterne. Der Nachthimmel war wolkenlos und durch das lose Blätterdach des kleinen Wäldchens, in dem Hedutrost und seine BegleiterInnen Rast gemacht hatten, konnte man das Schauspiel des Sternenhimmels hervorragend betrachten. Der Fährich zog sich ächzend auf die Beine und reckte sich gähnend, bevor er sich weiter umblickte. Die Luft war leicht kühl. Der Tau, der sich über die Nacht angesammelt hatte, lag auf den Büschen und Gräsern und reflektierte das fahle Licht des Madermals, welches mit dem des himmlischen Sternenzelts um die Wette funkelte. Hinter Hedutrost war nun ein leichtes Schmatzen und Schnarchen zu vernehmen. Das kleine Fellknäuel, das ihn in der Nacht warm gehalten hatte, schien noch tief und fest zu schlafen. Nie hätte er gedacht, dass er eines Tages seinen Kopf zur Ruhe in das Fell dieses Biestes, das einmal seine Heimat unsicher gemacht hatte, betten würde. Aber Kar, der kleine Hund, der sie seit diesen Ereignissen begleitete, war ihm inzwischen irgendwie ans Herz gewachsen. Mit der Zeit. Angst musste man vor Kar wirklich nicht haben. Sein Blick wanderte weiter und nahm nun die beiden großen BegleiterInnen wahr. Die beiden Elfen Osakiel Wächtersucherin und Chirokiel Weltenwächter saßen in einem möglichst großen Abstand zueinander und doch so nah wie möglich am Feuer. Osakiel, die Au-Elfe, die sie in Rutor kennengelernt hatten, wiegte sich sanft mit der Melodie, die sie auf ihrer kleinen Fiedel spielte. Eine Melodie? Ja, da war eine Melodie. Hedo Trost konnte sie erst jetzt hören. Sie passte sich perfekt dem Rauschen des Windes, dem Prasseln des Feuers, dem Zirpen der Grillen, dem Schnarchen von Kar und dem Rascheln des Blätterdachs an. Es schien, als würde der Wald selbst gemeinsam mit Osakiel eine Symphonie spielen. Fasziniert blickte der Fährig die Au-Elfe an. Das Glitzerndes Taus, das direkte Licht des Madermals und das flackernde Licht des Feuers umrahmten die Elfe harmonisch in fast perfekter Weise. Sie schmiegte sich in das Bild ein, verschmolz mit ihrer Umgebung, ohne unsichtbar zu werden, wie Chirokiel es so oft tat. Hedo Trost merkte gar nicht, wie ihm vor Bewunderung und vor Verzückung die Kinnlade herunterfiel. Als Feenprinz hatte er schon so manche schöne Szenerie gesehen, doch dieses Schauspiel hier war wie aus einem Traum. Wieder rieb er sich die Augen und blinzelte über das Feuer zu seinem Freund Chirokiel. Dieser saß im Schneidersitz völlig regungslos da. Er wirkte wie ein schwarzes Loch in all dem träumerisch schönen Spiel, das sich Hedo Trost gerade bot. Während das Licht Osakiel umspielte und sich die Klänge mit den Iren zu verbinden schienen, wirkte der Waldelf so, als würde er das Licht des Madermals aufsaugen, als würde er die Töne der Umgebung absorbieren, in sich aufnehmen und niemals wieder hergeben. Er bewegte sich nicht zur Melodie des Waldes und doch schien die Szenerie auch ihn zu umrahmen, ja, zu umarmen. Hedo Trost überlegte, ein wenig wie Tag und Nacht, wie hell und dunkel. In diesem Moment schlug der Waldelf seine Augen auf und blickte Hedo Trost mit versteinerter Miene an. Der Feenprinz kannte diese schwarzen, pupillenlosen Augen. Und nie hatten sie in irgendeiner Weise unheimlich auf ihn gewirkt. Im Gegenteil, Chirokiel und er waren ja die besten Freunde und er kannte den Elfen, fast seit er aus dem Licht getreten war. Aber dieses Mal durchzuckte selbst ihn ein leichter Schauer. Schon wach, alter Freund? Äh, was? Äh, ja. Hm, wie früh ist es denn? Müssen wir schon bald weiter oder kann K. noch etwas ausruhen? Der Schein des Tages wird bald über den Horizont ziehen. Kar kann aber noch etwas ausruhen. Das ist gut. Der Marsch war bestimmt anstrengend für ihn. Aber sag mal, habt ihr zwei gar nicht geschlafen? Nein. Wieso? Na ja, ich war müde. Und ich habe mich sehr gut erholt im Schlaf. Ich habe von Prinzessin Amele von Butterblumen heimgetäumt. Ach, was sie wohl gerade macht? Ich weiß nicht. Na, sehr gesprächig bist du ja heute nicht. Hm. Träumst du nie von irgendwelchen Lieben? Wenn du denn mal schläfst? Ich träume. Von meiner Mutter. Und vom Silberbuchenwald. So wie er einmal war. Verstehe. Ich vermisse ihn auch. Aber sag mal. Hast du dich, während ich geschlafen habe, mit Osakiel unterhalten? Sie spielt das Lied. Das höre ich. Aber das war nicht meine Frage. Moment. Sie spielt schon die ganze Nacht? Ja. Sie hat begonnen, kurz nachdem du eingeschlafen bist. Aha. Und hast du mitgespielt? Das Lied klingt schön. Nein. Warum nicht? Hör doch mal. Ah. So lieblich. Als würde der Wald selbst mitsingen. Einfach fantastisch. Ich beneide euch Elfen ja um euer musikalisches Handwerk. Ich kann ja nicht mal die Pauke schlagen. Ich möchte ihr Lied nicht stören. Was? Du spielst doch auch sehr schön. Ich bin sicher, sie hat nichts dagegen. Hast du sie gefragt? Nein. Ach. Warum nicht? Angst, sie könnte deine Musik nicht mögen? Ihr Lied verbindet sich wie von selbst mit dieser Welt. Sie hat eine Bindung. Das Lied fragt nach allen anderen und lädt dazu ein, in die Melodie einzustimmen. Ich müsste also nicht fragen. Das Lied selbst ist eine Einladung. Na dann los. Ich weiß doch, wie gern du dein Yama benutzt. Nein. Och. Jetzt lasst ihr doch nicht jeden Fetzen aus der Nase ziehen. Habt ihr euch gestritten? Magst du ihr Lied nicht? Was ist los? Ich bin ein Ausgestoßener. Ich habe das Badok. Wenn ich in das Lied einstimme, dann werde ich es vergiften mit meiner Melodie. Badok. Badok. Ja. Ach. Komm schon. Würde sie diese Einladung nicht spielen, wenn sie sich dessen nicht bewusst wäre? Ihr Volk ist unvorsichtig. Sie ist unvorsichtig. Naiv. Die Melodie zeigt es. In all ihrer Schönheit singt sie kaum noch vom Traum, sondern nur von dieser Welt. Sie bringt den Traum zwar hierher, aber sie kennt ihn kaum noch. Das Badok der Rosenohren ist schon tief verwurzelt in ihrem Sein. Na, dann macht es doch dein Lied nicht schlimmer. Komm schon, schnell! Bevor sie aufhört, wenn der Morgen anbricht. Du verstehst es nicht, alter Freund. Wenn ich mitspiele, dann wird ihr Lied nie wieder dasselbe sein wie in dieser Nacht. Na, vielleicht will sie das ja so. Sonst würde sie ja nicht einladen, mitzuspielen. Sieh mal. Veränderung ist doch nichts Schlimmes. Doch. Ist sie. Wenn das Lied sich ändert, dann änderst du dich auch. Und ich möchte nicht, dass sie sich ändert. Nicht wegen mir. Nicht mit dem Badok, das in mir steckt. In diesem Moment verstummte das Fidel-Spiel der Au-Elfe. Und es kam Jedutrost so vor, als würde er ein Teil der Wirklichkeit fehlen. Das Spiel hatte dafür gesorgt, dass auf ihrer Lichtung das Sein in einem schönen Einklang war. Nun, da Osakiel aufgehört hatte, wirkte alles mit einem Mal dumpf. Hart. Und irgendwie fern. Nur die ersten Strahlen des Aufgangs der Pryos-Scheibe durchschnitten das dumpfe Gefühl und brachten neues, anderes Leben auf diese Lichtung. Och, Fräulein Osakiel, spielt doch weiter. Bitte. Sanjasala Feiyama. Guten Morgen, kleiner Feenprinz. Habt ihr schöne Träume gehabt? Oh ja. Ich. Aber bitte. Bitte spielt doch weiter. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber ich denke, es reicht für heute. Schaut, es wird hell. Ja, schade. Alles hat seine Zeit. Der Glanz der Nacht wird ebenso wenig für immer wie der strahlende Tag. Glanz der Nacht? Hm. Ich bin mir sicher, viele würden Dunkel der Nacht oder Schatten der Nacht sagen. Aber jetzt, wo ich gesehen und gehört habe, wie ihr spielt, ja, Glanz trifft es ganz gut. Der Glanz ist dort, wo das Lied durchdringt, kleiner Prinz. Das Lied bringt den Traum hierher, wenn wir wollen. Und verdirbt ihn. Guten Morgen, Weltenwächter. Schade, dass du nicht eingestimmt hast. Ich habe dich beobachtet, wie du aufmerksam zugehört hast. Meine Einladung musst du also gehört haben. Ich habe sie vernommen. Ja. Vielleicht hörst du morgen meinem Lied zu. Das sollte erklären, warum wir nicht zusammen spielen können. Spann mich nicht auf die Folter. Was könnte es für einen Grund geben? Er hat Angst, dein Lied zu vergiften. Lied vergiften? Wie soll das gehen? Baddock. Oh, verstehe. Aber wieso sollte dein Lied das Baddock enthalten? Ich bin ausgestoßen. Darf und kann nicht zurück zum Silberbuchenwald. Ich lebe nun unter den Telor. Das habe ich doch auch getan. Die Telor sind nicht alle schlecht. Ich glaube, das hast du auch gemerkt. Ja, die Rotbärte waren doch ganz nett. Sogar der Zwerg. Hast du ihm nicht zum Abschied sogar eine Eichel vom Eichenkönig geschenkt? Ja, habe ich. Und ja, sie waren nett. Ebenso war es Luzidin vom Tan. Doch wenn mich meine Ältesten eins gelehrt haben, dann ist es, dass das Baddock nicht bemerkt wird. Es kriecht durch deine Adern und vernebelt dein Denken. Die Telor bringen es mit sich und machen alles um sich herum krank. Und man bemerkt es nicht, ehe es zu spät ist. Das bedeutet, ich bin bereits infiziert. Jetzt mehr denn je. Aber der Eichenkönig hat gesagt, dass wir Luzidin vertrauen können. Ja, das hat er. Der Rat im Silberbuchenwald hat es kommen sehen. Sie schickten mich aus mit der Aufgabe, das kommende Übel abzuwenden. Das, was den Traum für immer zerstören wird. Der Eichenkönig wusste das. Was ist die Krankheit eines einzelnen Fae gegen die Zerstörung des Traums? Ich glaube, du siehst das Baddock als zu mächtig an. Glaub mir, mein Volk lebt seit vielen, vielen Zyklen in der Nachbarschaft mit den Telor. Und ja, sie sind zum Teil zerstörerisch. Aber sie bringen auch Gutes. Wenn mir diese Telor statt Rutor eins gezeigt hat, dann was das Baddock selbst aus den Menschen macht. Da bringen die Telor das Außerweltliche in die Welt, nur um zu zerstören. Sie nehmen sich gegenseitig das Leben und rauben und stehlen sich den Nachwuchs. Und selbst die Rotbärte waren so träge, dass sie nicht gewillt waren, sich zu wehren und ihren Nachwuchs zu schützen. Sie haben nicht einmal versucht, das finstere Schiff zu erreichen. Ihnen war die Sicherheit ihrer Anführer und deren Worte mehr wert, als der Instinkt, die Unschuldigen zu retten. Also, ich habe ja nicht viel mitbekommen in Rutor, aber das Finsterschiff war riesig. Und die Außerweltlichen auch. Und sie waren stark, ich glaube, Osakiel hat recht. Sie haben ihr Bestes getan, um zu retten, was zu retten war. Der Bucklige und Design waren im Vorteil und haben Rutor unvorbereitet getroffen. Sie hatten keine Wächter. Wie kann man seine Heimat ohne Wächter lassen? Hast du gesehen, wie riesig das große Blau vor der Stadt war? Und sind wir nicht Madermalskreislauf um Madermalskreislauf durch die Welt geschritten? Und haben gesehen, wie groß hier alles ist? Es ist nicht möglich, alles zu schützen. So viele Wächter haben sie gar nicht. Rutor ist nicht der Silberbuchenwald. Welten Wächter. Hm, woher weißt du eigentlich, dass die Telor alle Bardock sind und dich infizieren? Man kann es spüren. Sie kommen von außen und bringen das Zerzer. Also ist es, weil sie von draußen kommen? Also von da, wo wir jetzt sind? Und alles, was von hier kommt, ist Bardock? In etwa. Ja. Also bin ich auch Bardock. Ich bin jahrelang in den Silberbuchenwald gekommen von außen. Vom Pilzwald. Und du hast mich als Wächter stets eingelassen und keine Angst vor mir gehabt. Du warst anders. Inwiefern? Du kanntest das Lied des Waldes. Es ist in dir. Ebenso wie das Lied in Lucilin war. Ich weiß nicht wie und warum, aber ich kann es spüren. Und das Lied ist nicht in mir oder den Rotbärten, die wir von hier kommen? Ja genau. Sie ist doch auch eine Faye. Hättest du sie eingelassen? Vermutlich. Unter Umständen. Aber nicht für lange. Das verstehe ich nicht. Wieso? Ich komme doch genauso von außen und in mir ist das Lied genauso wie in ihr. Und doch hast du mich geduldet und sie nicht? Du bist anders. Wie anders? Du bist kein Taylor und du warst nicht bei ihm oder mit ihm. Du bist mein Freund und du bist ein Ski. Also sind wir nur Freunde, weil ich ein Ski bin? Ja. Und was ist mit Karl? Was soll mit ihm sein? Naja, weißt du, ob er nicht Kontakt mit dem Taylor hatte? Ob er Badock ist? Er ist ein Hund. Also verurteilst du die Taylor nur, weil sie Taylor sind. Taylor bringen nie Gutes. Ich glaube, du und dein Stamm habt Angst vor den Taylor. Ja, das haben wir. Sie bringen das Terza über uns und den Wald. Mein Volk hat gelernt, die Angst zu überwinden. Und das hat sich gelohnt. Ich würde eher sagen, das war der Beginn eures Niedergangs. Wow! Fräulein Osakiel, also da würde ich mir heute Nacht zweimal überlegen, ob ich nochmal mit Chiruquiel musizieren würde. Schäm dich, Chiruquiel. Fräulein Osakiel hat uns bisher nur Gutes getan. Er meint es nicht so. Er muss noch lernen, die Regeln der Welt zu begreifen. Oder ihr müsst verstehen, wie die Welt funktioniert. Nun, du bist der Weltenwächter. Also, Chiruquiel, sieh mal. Ich hatte auch mal Angst vor K. Als er in den Pilzwall eingedrungen ist, hatten wir alle panische Angst. Er war der Bringer des Terza. Er war wild und bestialisch. Er hat alles zerstört. Selbst die Biestinger wurden mit ihm nicht fertig. Wir waren hilflos. Deswegen habe ich dich gerufen. Ihr wusstet es nicht besser. K war verwirrt. Pilzwall ist kein Platz für ihn. Du hast K. aber nicht getötet, so wie wir es von dir verlangt haben. Ich habe gewusst, dass er in Wahrheit keine Bedrohung ist. Warum? Er ist ein Hund. Und er war verwirrt und hatte Angst. Siehst du? Vielleicht bist du jetzt die Ski, die nicht erkennt, dass die Telor in Wirklichkeit nur verwirrte Hunde sind. Und dass sie jemanden brauchen, der sie anleitet und beruhigt. Sie bringen nicht aus Boshaftigkeit des Terza ab, sondern nur, weil sie es nicht besser wissen und weil sie Angst haben. Oh, weise Worte, mein kleiner Prinz. Hm. Vielleicht habt ihr recht. Ich, äh, werde darüber nachdenken müssen. Verurteile die Telor nicht leichtfertig. Telor, wie dieser Buckligenrotor, sind wirklich verloren. Genauso, wie es auch wilde, bösartige Hunde gibt. Aber es gibt auch Telor, die um die Verlorenen streiten und die anderen schützen. Oder zumindest versuchen, es zu tun. Sie wären eher wie Karl. Zum Beispiel die Rotbärte. Ja, wie die Rotbärte. Dennoch, das Badog ist auch in Ihnen und in mir. Verzeih mir, wenn ich das Risiko nicht eingehen möchte. Noch nicht. Ich verstehe dich, Weltenwächter. Aber du solltest dich an den Gedanken gewöhnen. Irgendwann in naher Zukunft wirst du in die Melodie der Fae einstimmen müssen. Oder du verlierst den Traum für immer. Kein Fae kann das Lied für immer allein spielen. Ich weiß. Meine Zeit läuft ab. Genau wie die der Telor. Das ist das Schicksal, was einem Ausgestoßenen zugeschrieben ist. Ich hoffe, ich kann die Aufgabe des Eichenkönigs erledigen, bevor meine Zeit gekommen ist. Moment, Moment, Moment. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du stirbst? Ja, ich begann zu sterben in dem Moment, in dem ich dir über die Grenze des Silberbuchenwaldes hinaus nach Pilzweig gefolgt bin. Und es lässt sich nicht aufhalten. Das ist ja furchtbar. Und da kann man nichts machen? Nein. Ich bin getrennt vom Lied. Nun ja, du könntest wieder ins Lied einstimmen. Wenn du wolltest. Aber das verändert und verdirbt das Lied. Für immer. Das tut es auch, wenn dein Yammer dort nicht mehr erklingt. Denk mal drüber nach. Aber das Baddock. Also, jetzt reicht's mir aber. Du wirst dich nicht selbst umbringen, nur weil du zu viel Angst hast, mit Osakiel zusammen Musik zu machen. Das ist doch verrückt. Lass ihn, kleiner Prinz. Er wird es lernen. Er wird es lernen müssen. Wieso müssen? Du weißt gar nicht, was er für ein Sturkopf sein kann. Spätestens, wenn wir bei dem Auenvolk ankommen, wird er das Lied spielen müssen, um dem Volk zu zeigen, was das Derse angerichtet hat. Eine Erzählung allein wird sie nicht überzeugen. Nur die Erkenntnis im Lied. Und dann kann er den Auftrag des Eichenkönigs nicht ausführen. Dann kann er die Fäe nicht wahren. Amagra, sie werden mir zuhören müssen, auch ohne, dass ich sie mit dem Baddock anstecke. Das eine Übel, das eine Übel mit dem anderen auszutreiben, kann nicht der Weg sein. Du unterschätzt die Macht des Liedes. Ich werde die Fäe warnen, aber ich werde sie nicht vergiften. Warten wir ab. Noch sind es einige Tage, bis zum nächsten Stamm. Heute müssen wir erst einmal die Grenze der Teller überqueren. Oh, sind dann da wieder diese Menschen mit den lustigen Hüten? Toll! Die waren freundlich! Ich fürchte, diesmal wird es nicht so freundlich werden. Die Teller spüren auch, dass sich etwas verändert. Auch wenn sie nicht genau wissen, was da kommt. Aber wir werden einen Weg finden. Sie werden uns nicht sehen, wenn wir es nicht wollen. Und wenn sie versuchen, uns aufzuhalten, dann... Nein, nein, nein! Wir sind jetzt im Tellorgebiet, alter Freund. Und wie hat Lucilin uns gesagt? Hier ist es nicht unsere Aufgabe, das Zerzer zu bringen. Wir lassen sie alle am Leben. Und schleichen uns zur Not vorbei. Wenn die Teller versuchen zu verhindern, dass ich meine Aufgabe erfülle, dann haben sie selbst das Zerzer heraufbeschworen. Die Teller haben auch Aufgaben, weißt du. Du musst lernen, die Größe der Welt zu akzeptieren. Oh je, das wird sicher eine spannende Reise. Ich suche schon mal ein paar Wurzeln und Beeren zusammen. Die können wir sicher gut gebrauchen. Außerdem raucht mir ein bisschen der Kopf. Mach das, kleiner Prinz. Aber nehmt Kahr mit. Ich glaube, er wacht gerade auf. Er kann euch sicher helfen. Oh, Kahr! Ja, fein! Ja, wer ist denn da wach? Ja, du bist ein Feiner. Komm, wir gehen Wurzeln suchen. Und vielleicht ein paar Blümchen für Fräulein Osagiel. Oh, 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 oh Vielen Dank.